Hallo Leute, Willkommen zurück zu der Play My Pocket... äh Pocket Shirtback-Domber des Park Nr. 3 von Channel World 1986. Ich hoffe Willkommen mit meinem Zaubermenü. Ich habe jetzt ein Tick-Clapack rausgenommen. Den Shader würde ich gerne rausnehmen, weil das stört gerade mega bei dem Spiel. Ich gehe mal in Transoption zurück. Und den Shader auch direkt wieder raus. Ich spiele jetzt mit dem DokuCraft 2 Play Shopback. Ich habe jetzt einen Tick-Clapack mit dem Sortex-Pack. Und werfen wir jetzt rum, dass das jetzt funktioniert. Und dann kommt der Online. Und dann kommt der Online. Und dann kommt der Online. Ich habe die Leitmolm-Rodin und ich habe die Leitmolm-Rodin und ich habe die Leitmolm-Rodin Ich habe das 1,5 cm Ich habe das 1,5 cm Ja, ich hab jetzt einfach ein Schnitt. Das wird gerade schon nicht vor zu gehen. Schade eigentlich. Ja, ich muss jetzt noch mal starten, weil ich den Tats anruxiert. Ich hab's eben gleich mal getestet mit Textabdrag. Das wird eigentlich schon irgendwie bei dieser Webbedarung mit dem Textabdrag nicht so funktionieren. Ist das ok für mich? Einfach um das noch mal ohne Textabdrags. Das ist die Ausbildung in dem Textabdrag. Das ist die Ausbildung in dem Textabdrag. Das ist die Ausbildung in dem Textabdrag. Vielen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Okay, wir geht auch mal ein bisschen weiter. So, wenn wir so lang, die muss das halt nur auf dem Fall, auch vom Design her. Das war's. 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 Oh, wow. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich glaube, das ist ein bisschen ... Okay. So, ich hab den Wienerspott, ich hab den Wienerspott schon ganz schön aus. Ich hab den Wienerspott auch mal Ausnahme angucken. So, ich hab den Wienerspott, ich hab den Wienerspott. So, 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 ich hab den Wienerspott. Vielen Dank.